Hallöchen Leute, ich bin's wieder, euer Payfreak mit YouTubers Live hier bei den Giant Roosters. So Leute, wir fahren fort. Das Spiel hat ein Update. Wir sind gespannt. Sie hat schon wieder eingekauft. Ja, konnte es nicht widerstehen. Hier. Nimm ein Video auf. Los. Ja, du sitzt da schon vor. Und zwar Review. Los. Nein, du kriegst Arbeitsplatz 2. Los. Ja. Ich geh schlafen. Gibt's ja nicht. Ah, wir haben ja noch eine Karte. Ach, alle Karten. Äh, aktive Karten. Äh, da. Ich hoffe, du kannst das Video aus der, äh, dass du das Video aus deinem Kanal fernst. Genau. Ja. Und wir machen viel Hot Dogs. Äh, wir haben 3400. Äh, wir haben 3.400. Äh, wir haben 3.400. Alta Schawede. So. Ah, du hast ein neues Spiel gekauft. Ja. Hab ich. Äh, den. Toll. Haben wir wieder zu wenig von. Ähm. Rauchen wir mal in die vollen. Geht doch. Ja, 11. Level aufgestiegen. Ja. Bevor das Spiel statt, bin ich meistens wütend. Für den Ton gibt's da. Wieder 2 Punkte. Ja, 4 dafür. Aber wir kommen mit unserem Punkt nicht hin. Ah, wir kommen mit unserem Punkt nicht hin. Äh, mal 2. Ja. Wir haben, wir haben eindeutig die falschen Karten ausgewählt. 4. Für 4. Hey. Das muss ich mir nochmal angucken. Alter. So, so. 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 Was brauchen wir denn? Ton. Ey. So rum besser? Nein. So rum besser. Okay. Ja, äh. Hintergrundmusik. Wir müssen das definitiv aufwerten. Äh. Ja. Und den. Äh. Rendern. Ja, ich hab pegamonten für dich gefunden. Ja, super. Ey. Ich schmeiß meine Kohle noch mehr raus. Äh. Die. Da. Nein. Hier. Hier. Nicht tanzen. Äh. Zeig. Ergebnis. Ja, komm. Lad hoch. Ist ja hier, äh. Schrecklich. Äh. Du, Kollege. Nimmst ein Video auf. Zwar davon. Gameplay. Go. Und du nimmst wieder Arbeitsplatz 2. Los. Ja. Wir essen einen Hotdog. Wir gucken mal oben. Oh. Ja, wir gleichen das aus. Wir gehen mal nach oben. Sitzt unsere Frau da? Ja, unsere Frau sitzt da. So. Klack. Einmal leidenschaftlich küssen und danach Rasen-Zahn-Projekt. Äh. Und zwar. Ja. Starten wir da vom gleichen Dual. Ach. Hm. Und wir nehmen natürlich Arbeitsplatz 1. zweitens, weil wir sind der Chef. Ja. Nee, hier rüber. Danke. Web? Web. Ja, wegen der Berührung. Dicke, 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 ding. Es fängt schon wieder an. Dicke, dicke, ding. Yeah. Auch für 11. Ein fachlichen Kommentar, wenn ich ein verstecktes Item finde. Äh, Item finde. Äh, glaub man. Nee, Medium. Leben nicht. Ich bin immer ernst. Ich überhole meinen Gegner mit Leichtigkeit. Ja, äh. Da singe ich. Das, das muss gefeiert werden. Unser Spiel ist sarkastisch zusammenfassen. Naja. Muss man nicht. Kann man aber. Äh, 3DS. Ja. Oh, Computer geht kaputt. Mh, mh, mh. Reparatur. Äh. Komm hier. Weiterischer Blick. Äh. Lustiger Kommentar, wenn man einen Ausschnitt sieht. Ja. Warum nicht, wenn der Ausschnitt lustig ist? Dann gibt's auch einen lustigen Kommentar. So. Den da rein. D-d-d-d-d-d-d. Oh, Farbschie. Ja. Zusammenfassung des Spiels wird angezeigt. Ein Musik-Auto. Leute. Habe ich persönlich nicht. Aber. Ja, natürlich gehen wir mit ins Kino. Mensch. Ist doch. Ist doch wohl klar. Klar. Klack. Den da rein. Und. Den. Und. So. Oder können wir es besser machen? Eigentlich nicht. Hintergrundmusik. Den. Den da rein. Komm. Hauen wir den noch rum. Ohren. Ausgeglichenes Video. Go, 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 go. Ja. Hochladen. Hier, Kollege. Zeigt dein Ergebnis. Super. Auch wenn das. Das ist ja quasi wie bei unseren Anfängen. Hochladen. Wir müssen mehr von diesen Pappköppen kennenlernen. Ach, jetzt kriegt der dann auch hier. Ja, komm, wir gehen so zu dem Event. Ja, komm, wir gehen so zu dem Event. Äh, hier. Kurs belegen. Soll er den noch machen. Komm, der startet den Kurs. Das ist gut. Das ist gut, wenn der den Kurs belegt. Das passt. Das gefällt mir. Ah. Hm. Mon amour. Du bist da. Erstmal dazwischen. Erstmal zeigen. Meine. Meine. Hm. Meine. Äh. Oh, 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 oh. Interview aufnehmen. Ja. Leute. Interview mit meiner Frau Teil 2. Ach, sie hat immer noch den lustigen Schnäuzer. Äh. Wir haben es gar nicht hochgeladen. Wir haben es nicht hochgeladen damals. Weil irgendwie war es weg oder so. Weiß ich nicht. Komm. Äh. Dass sie ein besserer YouTuber ist als du. Du? Ah, ey. Ey. Also. Na. Das kann doch nur in einem feierlichen Schrei enden. Hat ein ausgeschaltetes Mikrofon. Äh. Ja, komm. Das muss man überspielen. Nicht überspielen. Eine unangenehme. Also dazu müsste ich mich jetzt. Äh. 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 Mit einem singenden Kommentar äußern. Uh. Stelle eine Fangfrage. Da müssen wir immer ernst bleiben. Ich freue mich immer, wenn Fragen gut beantwortet werden. Ja, komm hier, weiter. Ja, wenn du zu Hause bist, nimmst du, machst du das. Und äh. Ich danke dir. Ich danke dir. Oh, die trinken synchron. Gleiche Friese. Synchron trinken. Ja. Jetzt nicht mehr ganz. Abigail. Und China. Mit dem reden wir auch. Äh. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ähm. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ja, wir können unsere Kamera nur in dem Bereich bewegen. Okay. Okay. Ja. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Hm. Ähm. Bla, 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 bla. Hm. Bla, 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 bla. Oh, 500 im Monat. Ah. Hm. Was kannst du denn? Kannst nix. Ist gut. Kann auch nix. Auch gut. Spielt mir nur in die Karten. Äh. Äh. Profil ansehen. Leidenschaftliches. Oh. 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 Genau. Ja. Ja. Ja, Leute, also. Ne? Hier, weitere. Was machen die hier unten? Wer bist du? Musiker. Willst du mir meine Frau wegnehmen, Alter? Ja, hier, die weiß Bescheid. Die geht weg. Ähm. Na, Landers. Packst du sie nochmal an, ne? Ähm. Bla, 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 bla. Packt der einfach in aller Öffentlichkeit meine Frau an. Das ist, äh, um, ja. Meins. Siehst du? Guck hin. Meins. Oh. 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 Nein, Landers. Ähm. Bleib, 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 bleib. Bleib. Meins. Meins. Nicht hier umarmen, du Kollege. Ja. Hier. Äh. Peter. Oh. Vortsetzen. Peter. Oh, Dreiergespräch. Mhm. Ja, wir können uns jetzt gegenseitig Freunde nennen. Super. Komm, ab in den Raum da. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Komm. Geh in den Saal. Mensch. Ja, in den Saal, äh, wo können wir uns denn hinsetzen? Hier setze ich mich hin. In der Hoffnung, vielleicht kommt ja auch noch mal eine Frau rein. Nein, kommt sie nicht. Dann rede ich die ganze Zeit mit ihm. Dann rede ich mit ihm. Dann soll es so sein. 56, 55 Sekunden. Mit ihm, alleine. Ja, Leute. Während des Kinos wieder quatschen. Wieder kein Anstand. Aber ich finde es sehr nett. Also wir müssen anscheinend Popcorn essen, weil unsere Punkte steigen. 180 im Monat kostet das schon, ey. Wir haben teure Angestellte. Einen teuren Angestellten. Ja. Ja. Danke. Ab nach Hause. Unsere Frau ist natürlich nicht mit reingekommen. Warum auch immer. Düm, 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 düm. Hat mir eine Überraschung mitgebracht. Öffnen. Deko. Haben wir ja noch nicht. Oh, yeah. Oh, yeah. Ja, fortsetzen. Interview. Mit. Mein. Ja. Frau. Toll. Zwei. Zwei. Ah, guck mal hier. Sein Gameplay läuft auch schon. Ja. Oh, so. Den, den. Scheiße, jetzt müssen wir von da unten nach oben kommen. Ähm. Den, den. So. Komm, Hintergrundmusik. Den. So und so. Den können wir rausschmeißen. Lieber den rein. Yeah. Guck mal, da haben Leute Interesse dran. Mit meiner Frau. Meine Frau ist Fame. Ja, nicht ganz, aber. Etwas. Ja, hier, äh. Leidenschaftlicher Kuss, bitte. Ja, und dann, äh. Wir zwei, ne. Weißt du Bescheid. Hier. Gegeneinander Autofahren. Ich zieh dich ab. Wir können hier weitermachen. Was ist das denn? Und ich erhalte 10% Rabatt auf Konsolen und Videospiele. Machen. Machen. Aber wie das Spiel ausgeht nach diesem leidenschaftlichen Kuss, ob ich sie auch gewinnen lasse, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Denn wir sind schon wieder am Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Däumchen und Kommentar da. Bis dann. Euer Pfreak. Tschüüü. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü